Wenn man in der Produktion bei FETTA arbeitet, füllt man Spritzen ab und sorgt so dafür, dass Menschen in aller Welt saubere, kalmfreie Spritzen bekommen. Produktion bei FETTA bedeutet, wir erhalten das Medikament vom Kunden, waschen die Spritzen vor, füllen das Medikament dann in die Spritzen ab, kontrollieren es dann noch entweder vor Ort oder in der optischen Kontrolle und geben es dann an den Kunden weiter. Die Arbeit in der Produktion ist sehr abwechslungsreich, dadurch, dass es verschiedene Aufgabengebiete gibt. Ein klassischer Tag bei mir sieht es so aus, ich komme zur Arbeit, wir haben Schichtübergabe, dann werden wir in die verschiedenen Bereiche eingeteilt. Das kann ein Waschbereich sein, das kann der Reinraum sein oder die Abnahme. Die Arbeit im Reinraum fühlt sich für mich gut an. Es ist ein sehr ordentliches Arbeiten, sehr überlegtes Arbeiten, jeder Schritt muss bedacht sein, den man macht. Man hat eine hohe Verantwortung. Wenn es dann einem bewusst wird, wofür man arbeitet, für was, was man da auch für Verantwortung hat, das fasziniert einen schon. Also, dass man auch anderen Menschen helfen kann, die das auch wirklich brauchen. Die Genauigkeit, die gefordert ist. Also die Herausforderung an sich, Perfektion in seiner Arbeit zu leisten. Das ist der Reiz. Was man hier mitbringen muss, ist auf jeden Fall Leistungsbereitschaft, Engagement für neue Situationen auch ganz besonders, weil hier gibt es viele Dinge, die man nicht kennt, die neu sind und da muss man bereit sein, sich darauf einzulassen. Hier ist eigentlich jeder für einen da, wenn man eine Frage hat. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht fragen darf. Team, passt. Alles nette Leute. Ich habe hier ziemlich jung angefangen. Ich bin hier groß geworden bei Vetter. Meine Kollegen, Vorgesetzten, wir sind hier wie eine kleine Familie geworden. Hier kennt jeder jeden. Ich sage mal, die Möglichkeit, bei Vetter ohne großes Vorwissen einsteigen zu dürfen, zu können und sich darauf einfach etwas aufbauen zu können. Allein dafür hat es sich schon für mich gelohnt. Küche, Bäcker, Friseure gibt es auch, die die Arbeitszeiten einfach satt hatten und das fehlende Privatleben und denen gesagt haben, dass man das ändern muss. Und da ist natürlich die Firma ein Rabenswirk, die erste Adresse. Vetter hat hier den Ruf sicherer Arbeitgeber, gute Aufstiegsmöglichkeiten, gute Bezahlung. Gehalt war ein großer Faktor für mich, hierher zu kommen. Es ist einfach deutlich besser im Vergleich, wo ich davor gearbeitet habe. Das soll jetzt nicht so kitschig klingen, aber ich sehe so ein bisschen Vetter als die zweite Familie. Vetter hat unzählige Programme für Mitarbeiter, für die Kinder. Das ist sehr schön. Gibt es auch nicht überall. Vetter war für mich am Anfang nur ein Jahr über Brücken. Ich hatte ganz andere Vorstellungen. Aus dem einen Jahr sind es dann doch endlich acht Jahre geworden. Ich bereue es nicht und bin glücklich hier. Aus dem 2 Aus dem 2 Aus dem 2 Untertitelung des ZDF, 2020